Wir sind wieder da bei Let's Play Heart of Darkness Hier jetzt, es macht mir einfach zu viel Spass Gut, aber gehen wir weiter Oh, denn hier erwarten uns Würmer Ey! Ich glaube, so langsam wisst ihr, dass sich Würmer nicht aus... Was ist los? Komm Zack Nee, die Feuer... Okay, Moment, ich muss warten So, Moment So Nein, ey, das hätte treffen müssen Spie, sag mir nicht, dass ich... Habt ihr das gesehen? Ey W-was? Was? Was? Ich frage euch, was ist los? So, zum Glück sind wir wieder hier Und rüber Hä? Hä? Ich hab das nicht Was? Ey Andy, wieso springst du? Na gut Ähm, wegen diesem einen Film Wege ich mich noch auf Komm Andy Bis jetzt haben wir sie auch ganz gut hingekriegt Ich weiss, du hasst mich Und ich hasse dich genauso Aber wir müssen Das hier zu Ende bringen Ou Worm 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 vergewaltige nicht meinen Protagonisten Und ich kann ihn auch von hier Gar nicht treffen Das ist das Blöde Ja, okay Wenn ich meine Hand nach rechts mache, dann wird die verbrannt und mein Körper mit ihr gleich zu Noch mal gewonnen sich vor... Aber... Seht ihr... Manchmal schiesse ich wirklich... Ja, jetzt geht's doch. Geh... Ey, wieso ging das nicht schon vorher, so? Oh, nein. Oh mein Gott, ich wollte gar nicht springen, aber zum Glück bin ich gesprungen, denn... Nein! Bitte nicht wieder dort am Anfang, bitte. Nicht spielen, haha. Nein. Nein, 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 nein. Komm, stirb von... Ja, gut, gut. So, jetzt warte, warte. Eins, zwei, eins, zwei, und jetzt doppelt. Ja, und rüber. Gut, die Taktik habe ich raus. Also, das Schema, meine ich. Mach dich klein, Handy. So ist gut. Haha. Nein, nein, wieso rutscht dein Fuss ab? Halte dich mit deinen Händen fest, junger Mann. Mit deinen Händen, mit deinen mickrigen kleinen Penishänden. Verdammt noch mal. So stirb. Ja, geht doch. So, okay. Und rüber. Okay, Handy, ich habe dich nie beleidigt. Ich weiß, wir lieben uns. Wir sind die besten Freunde, Handy. Nein, 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 nein. Ich konnte mich noch festhalten und dann fasst er einfach noch mal in so ein Ding rein. Ey, Andy, du bist doch wirklich... Seht ihr, es ist nicht gut, in der Schule zu schlafen, weil dann werdet ihr so dumm wie dieser Junge. Ernsthaft. Ernsthaft, das... Der ist nicht gerade der Klügste. Obwohl, eigentlich ist er auch ganz klug, weil wie hat er sonst diese hochbrillante... Was? Was? Wie hast du mich getötet, Spinne? Oh, Spinne, wie hast du mich getötet? Ich hasse Spinne, aber die Spinne erinnert mich an das Buch Die Schwarze Spinne. Kennt jemand das Buch? Ich fand es ein ganz tolles Buch. Eines der wenigen, die wir in der Schule gelesen haben und sich auch gelesen habe, weil... Oh, du dummer Junge und nein, du bist tot. Ey, jetzt hänge ich schon wieder an einer Stelle so lange fest. Aber jede Stelle mit Würmern und Spinnen ist nichts für mich. Ich dachte schon, Unterwasserleben wären der reinste Horror, aber jetzt weiss ich das... Das Ficken! Das Ficken! Jetzt weiss ich das Ficken! Weisst du? So, rüber! Ja, jetzt bist du schon hier oben. Komm! Mach dir kleine Indie! Komm, komm, komm! Ja, eine erwischt! Und noch eine, komm! Komm! Ey, die habe ich jetzt erwischt! Spinne, sag mir nicht, dass ich sie nicht erwischt habe, weil ich weiss, dass ich sie erwischt habe! Komm! Ey, komm jetzt! Komm, komm, komm! Langsam macht es keinen Spass mehr! Schaut sie auch an! Okay, geschafft, geschafft, geschafft! Und ich glaube, die Lava kann nicht mal so hoch kommen. Gut. Aber ich muss runter. So, Moment. So weit schaffe ich es nach unten. Gut, und jetzt runter, runter, Andy! Kletter, kletter! Geschafft! Noch eine Spinne, wow! Ich gehe, glaube ich, lieber oben lang. Okay, gut. Wir landen. Und rüber. Und es legt ziemlich viel. Merkt ihr das? Es legt, ja. Komm! Von zwei Seiten, das ist unfair! Oh! Komm, ich treffe! Ich gewinne trotzdem, ich bin so gut! Oh! Komm! Ja! Ey, ich habe ihn getroffen! Ich habe ihn getroffen! Alter! Ich habe ihn zwei, dreimal getroffen und er will einfach nicht sterben! Das nenne ich mal unfair! So, komm! Schaut euch das an! Ich treffe ihn auch! Okay, den Sprung habe ich gemacht, aber ich wollte mich eigentlich unten noch festhalten. Hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Und jetzt frisst mich sogar noch die Spinne! Gut! Hä! In welcher Welt leben wir, dass mich eine Spinne frisst? Ich meine, sie besteht nur aus Schatten und nicht aus essbarem Material. Das ist egal! Komm! Ja, jetzt habe ich es richtig! So wollte ich das machen! So, komm jetzt! Kommt herr, ihr Schattenviel! Uah! Ja, jetzt kommen sie natürlich! Hey, nein! Nein! Da! Und? Oh, nee! Getroffen, getroffen! Ja, beim zweiten Mal geht es dann! Okay, noch einer! Ja, ich wusste, dass noch einer kommt! Seht ihr? Das steht beim ersten Mal! Wieso die anderen nicht auch? Gut! Halt dich oben fest, Junge! Was ist los? Kann ich runterklettern? Ach, nee! Schau doch das an! Nee, schau... Nein, Moment! Ich erkläre es euch! Dieser Junge könnte sich ohne Probleme hier oben festhalten! Seht ihr das? Seht ihr das? Er springt ja genau so hoch! Und er könnte sich mit seinem Arm festhalten! Aber nein! Ich muss hier den unteren Weg durch die Lava durch diesen Samen hier anstoßen, ihn hoch wachsen lassen und damit ich dann hier oben klettern kann! Ey, komm! Das ist doch nicht fair! Und warte! Ich sorge dafür, dass es nicht mehr lag! Ja, und... Ich hoffe es lag nicht mehr! Es ist ganz so arg! Und... Als ich den Emulator minimiert habe, dachte er sich mal so... Ich stürze mal ab, damit FOCA das Ganze nochmal spielen kann! Und... Ja, ich musste es nochmal spielen! Ähm... Also... Vom letzten Spielstand halt bis hier! War jetzt nicht allzu viel, aber... Ja, zum Glück habt ihr diese Fails nicht gesehen! Denn... Hier sieht man schon viel zu viele von meinen... Nicht... Äh... Skillhaftigkeiten! Gut und Mann haben mir bei Crash gesagt... Ey, wieso machst du dich immer schlecht? Du bist gar nicht so schlecht! Und ja, das stimmt vielleicht sogar! Aber... Ich sage mal... Nur so... Schlechte Spieler schieben die Schuld immer auf das Spiel und... Und... Gute Spieler geben sich halt selber die Schuld! Hä 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 hä! Ne, eigentlich stinkt natürlich! Aber ähm... Ihr habt hoffentlich schon erfahren, dass das Spiel nicht ganz so einfach ist! Und wenn ihr es nicht erfahren habt, dann... Spielt es mal selber! Und wenn ihr auch denkt, hey du schickst uns den La... Oh! Feuerbälle! 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 Runter! Und Feuerbälle! Oh! Komm, komm, komm! Stirb! 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 Nein! Jetzt bin ich hier unten! Okay... Rauf, rauf endlich! Spring! Oh! Komm, komm, komm! Stirb! Hey, komm jetzt! Geschafft! Oh mein Gott! Wo war ich stehen geblieben? Ach ja... Du schickst uns den Download... Das war ziemlich knapp... Du schickst uns den Download Link nicht! Ja, dann kaut doch das Spiel einfach oder sucht bei Google oder was weiss ich... Ich bin nicht eure Suchmaschine... Ich bin nicht wunderschön! Oh! Oh! Ah! Und ich bin nicht wunderschön! Schau! Was ist los? Ich bin wunderschön! Na auf die Zauberfelsen, du helfen! Aber ich kann nicht! Ich muss doch nicht ins Bus gehen sind! Und ich, wirklich diese Bode nur füllen! Und unsere Shuttle, das Böse machte! Schieb, schieb! So schnell, alles aus. Hey, alles in Ordnung? Oh nein, der ist eine Verlinigung geworden. Okay, Leute, wir müssen uns unternehmen. Holen wir den Zauberfelsen. Hey, das ist die Leute. Na unten, seht ihr? Na unten. Hey, komm, du kannst mich genau hier absetzen. Hey, was ist denn jetzt los? Danke. Gut, äh, ich glaube, wir müssen denen jetzt helfen und jetzt den grünen Zauberfelsen dort finden. Ähm, aber das machen wir, glaube ich, erst. What the fuck? Okay, äh, erst im nächsten Part. Ich drück mal auf Start. So, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Und dann. Vielen Dank.